Willst du mir vielleicht drohen? Ich hoffe nicht, Basil. Was denn? Ich sollte dir drohen? Womit denn? Es gibt wohl keine Erniedrigung, die du nicht bereits erlebt hast. Du weißt ja nicht, wie recht du hast. Willst du sehen, was ich alles durchgemacht habe? Komm mit! Dorian! Was soll das? Du wirst schon sehen! Komm! Komm mit! Ich werde es dir zeigen! Dorian, bist du denn verrückt? Du sollst es sehen! Dorian! Mit eigenen Augen sollst du es sehen! Womit redest du denn? Du hast auch dein Teil dazu beigetragen! Was ist denn los mit... Komm! Da, das Bild, da! Das zeigt dir meine Seele! Dorian, du musst wahnsinnig sein! Oder spielst du mit mir irgendein grausames Spiel? Na, was sagst du zu unserer Arbeit? Ja, das haben wir beide geschaffen. Ich nicht, das habe ich nicht gemalt. Dein Signum ist aber einwandfrei zu erkennen. Das hat sich nicht verändert. Aber wie soll ich mir das erklären? Das gibt es doch nicht! Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem es fertig war? Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Aber, aber... Trotzdem, das ist doch unmöglich! Unmöglich? Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott, was habe ich getan? Was habe ich getan? Hör auf zu beten! Warum betest du? Wie lange willst du so weitermachen, Dorian? Hast du denn immer noch nicht genug Unheil angerichtet in deinem Leben? Es ist deine Schuld! Warum hast du dieses verfluchte Bild gemalt? Ich habe es nicht gewollt! Ich hasse dich dafür! Ich hasse dich! Gut! Ich habe es nicht vollgetauscht! Untertitelung des ZDF, 2020